So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Es gab ja jetzt eine Zeit lang keins, jetzt gibt es wieder eins. Und ihr wisst, wenn ich ein Gewinnspiel mache, versuche ich das immer am Dienstag rauszuhauen und am Montag aufzulösen bei Chill mit Ramses im Livestream. Der geht 20 Uhr immer los, 21 Uhr ist dann immer eine Verlosung, wenn wir ein Gewinnspiel hatten. Jetzt muss ich erstmal kurz tief durchatmen. Warum bin ich auch jetzt die ganze Zeit rumgerannt und habe mich jetzt hierher gesetzt? Ja, okay, gut, gleich falle ich um. Ihr habt also eine Woche Zeit mitzumachen, gleichzeitig. Wer macht denn noch ein Gewinnspiel? Niantic macht ein Gewinnspiel. Was Niantic für ein Gewinnspiel hat, möchte ich euch erstmal ganz kurz zeigen. Und das wusste ich nicht, ich habe die ganze Zeit das vorbereitet und wollte das heute machen. Und es passt jetzt einfach so perfekt dazu, es heute zu machen, durch das, was Niantic jetzt eben auch macht. Hier, ne, hier, Niantic-Blog. Wir gehen mal kurz auf den Niantic-Blog. Wollte ich mal zeigen, was da jetzt steht. Gewinne eine Reise nach Hawaii zur Feier des Stoffel Community Days in Pokémon Go während der Saison von Alola. Der Community Day ist am Samstag übrigens, 14 bis 17 Uhr. Ich finde ihn richtig toll, weil es ist ja ein neues Pokémon mit, also dann neues Shiny und wohl ziemlich geniales Pokémon. Die Leute freuen sich alle drauf, außer einer. Ich habe gesehen, einer freut sich nicht. Und zusätzlich könnt ihr jetzt eine Reise nach Hawaii gewinnen. Einer kann eine Reise nach Hawaii gewinnen, aber zwei Tickets, sodass der einfach mit einem Freund oder mit einer Freundin oder mit der Mutti, ne, so würde ich es machen. Oder mit Mari. Ne, der ist mir zu aufgewühlt. Ähm, nach Hawaii reisen kann. Zusätzlich gibt es aber, weil es ja nur einmal diese Reise gibt, äh, 100 Posen und Avatar-Artikel, die man im Account dann bekommt, wenn man da mitmacht. Wie man da mitmacht, das werdet ihr vielleicht schon irgendwo gehört haben, wenn nicht, werde ich euch den Twitter-Beitrag in der Beschreibung als Link verlinken, wo ihr drauf geht, um zu dem Twitter-Beitrag dann zu kommen, den ihr retweeten müsst. So, so geben sie ein. Zeige deine Begeisterung für den Stufel-Community-Day, indem du unseren Twitter-Account folgst und retweetest. Unser Gewinnspiel-Tweet für Indien. Ach, Indien ist extra. Der geht niemals übers Handy, einfach hier auf diese, äh, Blog-Seite. Die sieht total komisch aus. Was, was sie gewinnen können. Hauptpreis, ein Gewinner-Ausflug zu zweit nach Hawaii. Trobisches Avatar-Outfit-Set anlässlich. Der Nachhaltigkeitswoche bietet Najendik den Gewinnern außerdem die Möglichkeit, während ihres Besuchs mit nachhaltigen Organisationen auf Hawaii zusammenzuarbeiten. Du denkst also, du gehst da hin und hast Urlaub. Dabei wirst du zwangsverreist nach Hawaii, um dort arbeiten gehen zu müssen und was für die Umwelt zu tun. Möchtet ihr immer noch mitmachen? Ich, ja. Ich mach da auch mit. Zweitplatzierte Preise, 100 Gewinner, tropisches Avatar-Outfit-Set. Das sieht doch richtig schön aus. Gleichzeitig wurde ja auch bekannt, je mehr Leute, die den Tweet retweeten, ich bin kein Twitter-User, sorry, desto bessere Inhalte gibt es in der kostenlosen In-Game-Shop-Box zum Community-Day. Also 10.000 Retweets, ein Köder-Modul, also ein Log-Modul, 20.000 Retweets, ein Glücksei, 30.000 Retweets, Premium Battle Pass. Es waren vorhin schon auf dem offiziellen Dings irgendwie über 80.000 Retweets oder so. Müsste man also bekommen. Ist das nur, dass man dann das Bessere bekommt oder summiert sich das zusammen und man kriegt dann alle drei? Wäre natürlich cool, so ein gratis Glücksei mit einem Log-Modul und einem Pass. Die Reise kann innerhalb eines Jahres, ja, 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 das könnt ihr euch ja alles so durchlesen. Ihr braucht also einen Twitter-Account, äh, Twitter, Twitter, Twitter-Account, wenn ihr da mitmachen wollt. Und wie dieser Twitter-Beitrag aussieht, ich krieg's halt einfach nicht hin, nochmal hier. Hier, das ist der Tweet, sozusagen, der Original-Tweet, wo das hier draufsteht, den sie euch versuchen, nicht ins Deutsche zu übersetzen, weil ich nicht in der App bin. Und diesen müsste man retweeten. Aber eigentlich gibt's ja extra die Pokémon-Go-Deutschland-Seite. Und die hat ja auch einen Account und da ist derselbe drauf. Und den kann man ja auch retweeten. Wäre es also jetzt schlau, wenn man diesen von Original retweetet und den anderen retweetet, weil man dann also zweimal die Chance hat? Oder zählt man eh nur einmal? Ich weiß es nicht. Das aktualisiert sich ja also die ganze Zeit. Okay, äh, ich würde euch den von der deutschen Seite anzeigen. Ihr könnt aber auch auf die normale gehen. Ich wusste nicht, wie man retweetet. Musste mir da erstmal professionelle Hilfe holen, dass das hier dieses komische Zeichen da in der Mitte ist. Wenn man da drauf drückt und dann auf Retweeten geht und dann hat man das retweetet. Ja, 1800 Retweets. Jetzt kommt dieses andere Ding noch. Oh, komm, retweeten wir das auch noch, ja. Wir wollen ja auch noch Bonus haben. Retweeten wir das noch. Und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt zählt, weil ich eigentlich gar nicht angemeldet bin oder war. Vielleicht hast du mich jetzt auch erkannt. Ich werde das in Ruhe dann alles nochmal machen. Den Deutschen werde ich euch dann unten verlinken. Den hat Sabrina auch gepostet. Der steht auf einmal jetzt hier. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, Pokémon Go Deutschland. Hier, zack. Das sind nämlich nur 4.500 Tweets. Da drücke ich jetzt auch einfach mal drauf. Ah, jetzt willst du, dass ich mich anmelde. Das andere hat gezählt. Das hat aber nicht gezählt. Also da muss ich mich anmelden. Und, weil ich jetzt Zeit schinden muss, weil die App schon wieder neu startet. Das ist das eine, das Gewinnspiel von der Yantik, dass ihr da mitmachen könnt, um eine Hawaii-Reise zu gewinnen. Indem ihr einfach einen Twitter-Account habt und den Twitter-Beitrag retweetet. Wenn ihr Twitter nutzt, wisst ihr ja ein Retweet, Tweet, alles hin und her. Und wenn nicht, dann macht es wie ich. Drückt einfach da auf dieses Symbol bei diesem Beitrag, den ich dann halt unten verlinke. Und dann müsste das schon fast richtig sein. Wenn ihr natürlich wie ich kein Twitter-Nutzer seid, kriegt ihr wahrscheinlich auch nicht mit, wenn ihr dann angeschrieben werdet, dass ihr gewonnen habt. Und es war alles umsonst. Also versucht euch mal ein bisschen, gerade die Pokémon Go, die Twitter-Szene, das geht sich theoretisch Hand in Hand. Fast jeder, der da rum will, hat irgendwas mit Pokémon Go zu tun. Wir wollen aber, hatte ich mir mit Hannes so ausgemacht, weil ich gesagt habe, ich habe Kurelei gesammelt. Ich habe fünf Kurelei gesammelt auf einem kleinen Account. Hannes hat auch nochmal fünf Kurelei gesammelt auf einem Account. Wahrscheinlich auf seinem. Und dann hat er gesagt, jo, was, du willst da welche verlosen? Ich hätte auch noch vier. Da habe ich gesagt, was sind denn vier? Das sind ja dann neun, fünf und vier. Lass mal zehn machen. Deswegen, wir wollten heute eh zehn Kurelei verlosen. Das ist ja das neue kontinentale Pokémon, was jetzt zur Alola-Jahreszeit eingeführt wurde. Was eben auf Hawaii spawned. Und es so super passend ist, dass die jetzt eine Reise nach Hawaii verlosen, wo es also Kurelei gibt. Das Kurelei wohnt auf Hawaii. Versteht ihr? Das wäre theoretisch der Hashtag, den man bräuchte fürs Gewinnspiel. Aber wir dürfen ja keine Hashtags mehr machen und auch keine Trainer-Codes. Was müsst ihr jetzt machen, wenn ihr ein Kurelei gewinnen wollt? Zehn Gewinner werden am Montag gezogen. Wie gesagt, heute Dienstag geht das Gewinnspiel raus. Ihr habt eine Woche lang Zeit mitzumachen. Montagabend, 20 Uhr im Stream bei Chill mit Ramses. Wird dann verlost. 20 Uhr fängt es an. Aber 21 Uhr ist die Verlosung, sodass ihr Zeit habt, noch reinzukommen. Und man muss während der Verlosung anwesend sein und dann kurz Bescheid sagen. Jo, hier, ich bin's. Das hat sich so durchgesetzt. Das haben wir jetzt immer so gemacht. Also wenn ihr da keine Zeit habt, dann macht gar nicht mit. Ich brauche aber Angaben von euch. Ihr macht nämlich einen Kommentar unter dieses Video. Und es ist ganz einfach, obwohl es auch schon wieder mega kompliziert ist. Ich möchte nämlich, dass ihr drunter schreibt, erstens, euren Trainernamen wieder mal, dass ich weiß, wer ihr seid. Zweitens, ob ihr bei dem Gewinnspiel für Hawaii teilnehmen werdet, weil ihr Twitter habt und sagt, okay, da hab ich Bock, will ich gewinnen. Oder ob ihr nicht teilnehmen werdet, weil ihr kein Twitter habt und auch nicht extra Twitter euch einrichten wollt. Diese Angabe möchte ich bitte auch haben, um zu gucken, wer Bock hat, wirklich diese Hawaii-Reise zu gewinnen. Drittens möchte ich gerne Angabe, welches kontinentale Pokémon euch auch interessieren würde für eine Verlosung. Was ihr gerne hättet, was man mal verlosen könnte, egal was das jetzt ist von den Kontinentalen, was euch vielleicht noch fehlt. Wenn da viele ein bestimmtes Pokémon nennen, können wir das sicherlich einrichten, dass wir das auch mal nehmen. Und viertens möchte ich diesen Satz haben, dass Kurelei wohnt auf Hawaii. Okay, diesen Satz möchte ich bitte auch haben. Das sind vier Punkte und schreibt die bitte auch untereinander, durchnummeriert. Es kann einfach nicht so schwer sein, dass man hinschreibt in seinen Kommentar. Erstens, seinen Trainernamen, unten drunter. Zweitens, ob man bei dem Hawaii-Gewinnspiel mitmacht, weil man Twitter hat oder nicht oder wie auch immer oder bla. Vielleicht wart ihr sogar schon mal auf Hawaii, das könnt ihr da auch mit reinschreiben. Drittens, wieder unten drunter, nummeriert. Drittens, welches Pokémon ihr euch mal wünscht für ein Gewinnspiel. Und viertens, dass Kurelei wohnt auf Hawaii. Ich hoffe, wie man Kurelei schreibt, sieht man hier. Wie man Hawaii schreibt, das müsst ihr bei Google selbst noch rausfinden. Und, ja, ich möchte auch, dass da alles richtig geschrieben ist. Und nicht, dass da irgendwas, bläh, und dann sagt, naja, das soll bestimmt Hawaii heißen. Ne, gebt euch da mal ein bisschen Mühe. Zehn Dinger, wir wollen das hier durchsetzen, dass Hawaii, ja, man besser kennt und ausspricht und schreiben kann. Und das ist eigentlich schon alles, also nichts Schwieriges. Ihr müsst nicht irgendwie irgendwas abonnieren oder teilen oder machen oder tun. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben dazu. Und unter allen Kommentaren wird das dann ausgelost. Es gibt zehn Kurelei. Ihr könnt die zehn gewinnen. Fünf vom Hannes, fünf von mir. Ich werde mich mit dem Gewinner dann also anfreunden und dem rüber tauschen mit dem Account, wo die drauf sind. Außer der ist schon mit dem Account befreundet, glaube ich aber nicht. Der weiß ich nämlich besser als ihr jetzt. Und das ist alles. Und schreibt wirklich die Zahlen hin. Eins, zwei, drei, vier. Und dahinter eure Antworten. Ich bin so streng diesmal, das werdet ihr nicht glauben. Dann gibt es wieder irgendwelche Lücken, die ich jetzt nicht genannt habe, wo wieder einer durchrutscht. Zehnmal Kurelei-Verlosung und eine Hawaii-Reise von der Yendik für euch. Ist das nicht eine feine Sache? Ich werde mitmachen. Ich muss nochmal den Link jetzt hier unten reinpacken, wie man da zu dieser deutschen Seite und dem Beitrag kommt. Und vielleicht werde ich den amerikanischen auch. Dann macht es halt auf beiden. Was weiß ich. Vielleicht habt ihr doppelt Glück. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus heute Abend. Und dann werden wir bei Perle den Giratina-Shiny Hunt weitermachen, dass wir dieses Projekt irgendwann endlich fertig haben und abgeschlossen haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut euer Ramses.